Dann kam es zur spektakulären Wolte, zur 180 Grad Retourmeldung, die jetzt ebenfalls über dieses Presseportal kommuniziert wurde und die als kleine Notiz mittlerweile in einigen Medien ebenfalls, wie ihr hier sehen könnt, kolportiert wurde. Allerdings in keinem Verhältnis zu dem ersten riesengroßen Wirbel. Es kommt noch eins hinzu, wenn man sich anschaut, die ersten Meldungen sind nicht gelöscht worden, die existieren immer noch im Internet. Meine lieben Freunde, wir müssen reden und zwar über den Irrtum von Greves Mühlen. Ja, ihr habt es vielleicht gehört, in der kleinen idyllischen Stadt Greves Mühlen in Schleswig-Holstein soll es vor einigen Tagen zu einer skandalösen Entwicklung gekommen sein, in deren Verlauf zwei Mädchen, acht und zehn Jahre alt, von einer Horde von Extremisten angegriffen und schwer verletzt worden seien. Es heißt in der damaligen Pressemitteilung explizit, das kleine Mädchen sei ins Gesicht getreten worden. Diese Pressemitteilung wurde bundesweit kolportiert und von sehr vielen Medien offensichtlich ungeprüft übernommen. Was war der Ausgangswert? Ich lese euch die entsprechende Polizeimeldung deswegen vor, weil jetzt stellt sich Stand heute, stellt sich die gesamte Sache ganz anders dar und von einem Tritt ins Gesicht kann nicht mehr die Rede sein. Mein Name ist Chris, ich bin freier Journalist und wenn ihr neu hier seid, lasst gerne ein Abo da. Dann erfahrt ihr alles, wie Medien Dinge aufbauschen, wie Informationen verdreht werden und warum so etwas in Deutschland passiert. Kommen wir zurück zum vorliegenden Fall und ich nehme euch mit zu der ersten Meldung. Übers Presseportal, das ist das Portal der Deutschen Presseagentur, in der Abonnenten eigenständig Pressemitteilungen publizieren können. Diese Meldungen werden nicht geprüft, sondern kommuniziert, sofern du da ein gebührenpflichtiges Abo abgeschlossen hast. Das hat die Polizei von Rostock getan und so heißt es da, am 14.06.2024 kam es gegen 19.30 Uhr zu einem Polizeieinsatz im Ploggenseering in Kremesmühlen. Dort sollen nach ersten Erkenntnissen zwei ghanesische Mädchen, acht und zehn Jahre alt, aus einer Gruppe von ca. 20 Personen heraus angegriffen worden sein. Dem jüngeren Mädchen, acht Jahre alt, soll unter anderem in ihr Gesicht getreten worden sein. Als die Eltern der Kinder hinzukamen, soll es auch mit diesen zu einer Auseinandersetzung gekommen sein. Aus der Personengruppe heraus hätten insgesamt bis zu acht Personen agiert und auch der Vater sei leicht verletzt worden. Absatz Als die Polizei eintraf, soll eine derzeit noch unbekannte Person die Geschädigten im Weggehen noch fremdenfeindlich beleidigt haben. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich bei den mutmaßlichen Tätern ausschließlich um Jugendliche und Heranwachsende. Eines der Mädchen und ihr Vater wurden leicht verletzt und wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Durch die Polizei wird ein Ermittlungsverfahren wegen Landfriedensbruch, gefährlicher Körperverletzung, Volksverhetzung und Beleidigung eingeleitet. Wer in diesem Zusammenhang sagt, händische Hinweise und so weiter gezeichnet? Polizei Hauptkommissar vom Polizeipräsidium Rostock. Diese Meldung wurde, wie gesagt, bundesweit kolportiert, weil das hat natürlich Sprengkraft. Zwei kleine Mädchen, acht und zehn Jahre alt, das kann man sich sehr wohl vorstellen. Und dann eine Horde von Jugendlichen. Hier wurde der Anschein erweckt, sie kämen aus dem rechtsradikalen Milieu, hätten sogar das kleine Mädchen so ins Gesicht getreten, dass es zu schweren Verletzungen gekommen ist. So waren die Schilderungen. Nun, schon in der ersten Pressemitteilung hätte man hellhörig werden müssen, wenn auf einmal von leichten Verletzungen die Rede ist. Denn was heißt es, leichte Verletzungen, wenn man jemandem ins Gesicht tritt? Dann kam es zur spektakulären Wolte, zur 180-Grad-Retour-Meldung, die jetzt ebenfalls über dieses Presseportal kommuniziert wurde und die als kleine Notiz mittlerweile in einigen Medien ebenfalls, wie ihr hier sehen könnt, kolportiert wurde. Allerdings in keinem Verhältnis zu dem ersten riesengroßen Wirbel. Es kommt noch eins hinzu. Wenn man sich anschaut, die ersten Meldungen sind nicht gelöscht worden. Die existieren immer noch im Internet. Immer noch kann man das finden und auch die Meldungen, die jetzt im Netz kursieren, die basieren darauf, dass man nochmal den Tatverdacht, der sich mittlerweile als nicht begründet herausstellt, nochmal herausstellt und dann erst danach sagt, das stimmt so nicht. Es wird also nicht in der Schlagzeile korrigiert. Was teilt die Polizei Rostock jetzt mit? Ergänzungsmeldung zur Pressemitteilung vom 14.06. Nach der Freischaltung eines Hinweisportals durch die Kriminalpolizei haben sich Zeugen und Anwohner mit Hinweisen sowie Foto- und Videoaufnahmen bei der Polizei gemeldet. Die zehnköpfige Ermittlungsgruppe konnte bereits zahlreiche Hinweisen nachgehen. Der erste Absatz geht nur darum, wir haben was gemacht und da sind jetzt Sachen reingekommen. Nach derzeitigen Ermittlungsstand hat das achtjährige Mädchen keine körperlichen Verletzungen erlitten, die auf die in der Erstmeldung geschilderte Tathandlung hindeuten. Ihr erinnert euch, ich sagte euch bereits, wenn ich einen Tritt in das Gesicht bekomme als Achtjährige und man sieht nachher nichts davon, was war das für ein Tritt? Also auch hier merkt man schon, dass offensichtlich aus einem Mücken ein Elefant gemacht wurde, weil es so schön zum Narrativ passt. Der Sachverhalt stellt sich derzeit so dar, dass die Achtjährige mit ihrem Roller an einem Jugendlichen vorbeifahren wollte. Dieser versperrte dem Mädchen offenbar mit seinem ausgestreckten Bein den Weg und traf sie mit seiner Fußspitze. Zu diesem Zeitpunkt habe sich eine größere Gruppe Jugendlicher in dem Bereich aufgehalten. Die Kinder hätten sich daraufhin verängstigt und weinend an ihre Eltern gewandt. An dieser Stelle mein Einschub. Ja, ich kann mir vorstellen, aus Sicht von einem Achtjährigen oder einer Zehnjährigen haben wir hier eine Situation, die man selber nicht einschätzen kann. Da pöbeln ein paar Halbstarke und machen mir Angst. Der eine tritt mir auch gegen meinen Roller, ich falle hin. Soweit kann ich die Situation nachvollziehen. Wie aber jetzt hier in die Ermittlungsunterlagen die Tatsache reinkommt, dass ein Tritt gegen den Kopf geführt wird, was ja eine schwere Körperverletzung wäre. Die Eltern des Mädchen wollten die Jugendlichen zur Rede stellen, woraufhin es zu verbalen und körperlichen Auseinandersetzungen kam. Die sind also auseinandergeraten. Auch das kann ich nachvollziehen. Kinder rennen schreiend zu ihren Eltern. Die Eltern wollen herausbekommen, was da los ist, unterhalten sich mit den Jugendlichen. Es wird gezetert, es kommt zu Rangeleien. Das wiederum ist aus der Situation heraus noch nachvollziehbar. Dabei wurden auch fremdenfeindliche Beleidigungen geäußert. Jetzt kann es sein, dass diese fremdenfeindlichen Äußerungen gar keine fremdenfeindlichen Äußerungen waren, sondern rassistische Äußerungen und dass das nicht unbedingt hier sich aus dem rechtsradikalen Milieu abspielen muss. Auch das ist eine Mutmaßung, die da gerne übernommen wurde von den Medien. Denn es kann genauso gut sein, dass wir es hier mit Menschen zu tun haben, die ebenfalls Migrationshintergrund haben und sich über die Hautfarbe der schwarzen Mädchen aufgeregt haben. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern weiter an. Am heutigen Nachmittag, das war gestern, haben Beamte im Umfeld des Tatortes weitere Befragungen durchgeführt und Flyer verteilt, die auf das Hinweisportal verweisen. An dieser Stelle sei nun gesagt, wir haben wieder bildschön gesehen, wohin es führen kann, wenn man eine Situation aus einem eingeschränkten Blickwinkel beschreibt und sie ungeachtete Tatsache, ob sie korrekt ist oder nicht, also ohne stichhaltige Prüfung kommuniziert. Und auf einmal hat man eine Ministerpräsidentin in Schleswig-Holstein, die sich da draufsetzt, die selber dazu Tweets absendet und es verurteilt und alle übernehmen das Narrativ der Erstmeldung, die sich jetzt als Falschmeldung herausgestellt hat. Jetzt bin ich gespannt, inwieweit diese Richtigstellung ihre Kreise zieht und ebenfalls kommuniziert wird, sodass man hier auf einen aktuellen Sachstand kommt. Aber das ist eine andere Geschichte. Wir bleiben für euch da dran, denn ich persönlich bin der Meinung, für dieses Lehrstück, wie Medien derzeit arbeiten, um die Saat gegen rechts zum Blühen zu bringen, gerade nach den Ergebnissen der Europawahl, zeigen das schlechte journalistische Handwerk. In diesem Sinne, passt auf euch auf. Schau von au, euer Chris.